Die kleine Schreiraupe macht Alarm. Wieso? Mäusi, wieso macht Schreiraupe Alarm? Hasekind, hast du nicht genug zuerst mitgekommen? Was ist los? Hm? Kümmert sich keiner um dich, dass du uns hier anschreien musst. Ja? Wo ist eigentlich meine Katze? Die habe ich noch gar nicht gesehen heute. Wo ist meine Katze? Oh, Pippi auf dem Öfchen. Was ist los, Schreiraupe? Hm? Du bist ja wieder außer Rand und Band heute. Oh nein, oh nein, hast du zu wenig zu essen bekommen? Was ist los? Musst du betteln für Streichel? Du musst doch nicht für Streichel betteln. Was ist denn los, meine Schreiraupe? Oh nein, diese kleine Bettelfote. Die ist so riesengroß. Ja, ja, ja. Ja, guck mal, wie die bettelt, die Pfote. Bettelfotenalarm. Wo ist denn meine kleine Katze? Mäusi. Oh Gott, das ist aber auch ein Bollerjoch. Wo ist denn die kleine Katze? Oh, Pippi schon im Wintermodus. Pippi, heute morgen war es der Flitze, Pippi. Hm? Was machst du denn für Geräusche? Was machst du denn für Geräusche? Guck mal die Pöpi hier. Pöpi. Guck mal, die Kater sind noch putzemunter. Kleine Katze, hast du dich schon auf ein Öfchen zurückgezogen? Müde Pöpi. Hm? Müde Pöpi. Sie erst mal geputzt werden. Müde Pöpi. Müde Pöpi. Müde Pöpi.